Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch den sogenannten Sunswatter von der Firma California Sunbounce vorstellen. Auch wenn wir heute hier im Studio sind, ist das natürlich eine Gerätschaft, die man primär Outdoor bzw. On Location ansetzt. Für mich hat sich in den letzten Jahren immer wieder das Problem gestellt, dass wenn Sommer ist, wir sind draußen unterwegs, wir haben strahlende Sonne und wollen unser Modell bzw. unser Hochzeitspaar oder wie auch immer, sprich sämtliche Personen oder Sachaufnahmen, die bei schönem Wetter stattfinden sollen, draußen fotografieren, dass wir einen gleichmäßigen Schattenbereich finden, denn nur im Schatten kann ich mein Modell schön fotografieren. Ist man in der Sonne unterwegs und hat keine Möglichkeit sich ein Schattenplätzchen zu suchen, hat man sehr schnell dunkle Ringe hier unter den Augenpartien oder auch hier unten unter dem Kinn sehr stark ausgeprägte Schatten, sodass man von einer gleichmäßigen Ausleuchtung überhaupt nicht mehr sprechen kann. Die Bilder sind eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Ist man nun draußen unterwegs bei Superwetter, hat aber kein Schattenplatz zur Verfügung, der, das muss man übrigens dazu sagen, immer das Problem aufwirft, dass ein natürlicher Schatten in sehr vielen Fällen in einem sehr hohen Kontrastverhältnis zum natürlichen Umfeld stehen. Das sind meistens ca. drei bis vier Blendenwerte, je nachdem wie stark der Schatten ausgerichtet ist bzw. ausgeprägt ist, sodass ich eigentlich dann auch gezwungen bin, mein Modell, sofern es dann im Schatten steht, zu blitzen, ich wieder auf zusätzliches Equipment also angewiesen bin. Haben wir draußen schönes Wetter, haben keinen Schattenplatz zur Verfügung, wollen bzw. müssen aber dennoch fotografieren, bietet sich der Sunswatter an. Der Sunswatter ist eigentlich nichts anderes als ein durchlässiges weißes Tuch. Es gibt es in verschiedenen Stärken, es gibt es in ein Drittel, zwei Drittel bzw. drei Drittel Blendenstufen im Verhältnis zum Umgebungslicht. Für den Anfang ist es eigentlich ganz gut, auch wenn man mit dem Starter Kit beispielsweise arbeitet, dass man sich für eine Bespannung zwei Drittel entscheidet. Das bedeutet, dass der Sunswatter genau zwei Drittel eines Blendenwertes im Verhältnis zum normalen Umgebungslicht wegnimmt. Hier hat man beispielsweise eine Blende 16 und hier hat man ungefähr eine Blende 11, weniger ein Drittel. Ja, was für Vorteile bietet der Sunswatter? Ich habe vor allen Dingen nach einer Möglichkeit gesucht, wenn ich draußen bei schönem Wetter fotografiere, dass ich eine zum einen eine gleichmäßige, schöne, weiche Ausleuchtung erhalte, zum anderen aber nicht noch auf zusätzliches Equipment angewiesen bin. Bei zusätzlichem Equipment meine ich vor allen Dingen irgendwelche Reflektoren wieder oder aber vor allen Dingen zusätzliches Blitzlicht. Bei schönem Wetter, das ist meine Erfahrung, es gibt am Ende des Videos auch noch ein paar Beispielbilder, kommt man meines Erachtens um den Sunswatter nicht umher. Der Sunswatter macht aus dem harten Sonnenlicht eine wunderschöne, wunderschöne weiche Lichtquelle. Es ist praktisch wie eine große Softbox und fotografiert man mit dem Sonnenlicht, also mit der Sonne im Rücken, sodass das Hauptlicht, was ja die Sonne darstellt, gleichmäßig durch den Sunswatter auf unser Modell drauf fällt, ja ist das eigentlich mit einer Studio Ausleuchtung, wo man mit 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 zwei oder drei oder vier Lichtquellen sogar das Modell mit Licht umhüllt zu vergleichen. Der Vorteil ist darüber hinaus, dass ich halt kein zusätzliches Blitzlicht benötige, womit ich das Modell dann noch aufhellen muss oder so. Das kann man natürlich alles machen, das ist ganz klar. Es kommt auch immer darauf an, was man für Bildergebnisse haben möchte, aber wenn man eine weiche gleichmäßige Ausleuchtung bei schönem Wetter draußen, sprich wenn die Sonne scheint, erzielen möchte, dann ist der Sunswatter von SunBounce wirklich die erste Wahl. Das Ganze hat aber auch Nachteile, die möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Ein Nachteil, der mir eigentlich beim ersten oder zweiten Aufbau sofort aufgefallen ist, ist, dass dieses weiße Tuch unheimlich empfindlich ist. Also man sollte wirklich darauf aufpassen, dass wenn man die Gerätschaft zusammenbaut, dass man mit dem weißen Stoff nicht irgendwo hängen bleibt. Beispielsweise hier, wenn man die Rohre zusammensteckt, mit dem weißen Tuch mal schnell zwischen die Rohre kommt, das geht ruckzuck und schon ist ein kleiner Riss drin. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass man mit der Gerätschaft draußen eigentlich fast nicht alleine fotografieren kann. Heute bin ich hier alleine, deswegen steht der Sunswatter auch auf einem Stativ. Wir haben hier im Studio überhaupt keinen Wind, ist man aber draußen unterwegs, dann bietet sich die Lösung, wie ich sie hier gewählt habe, heute hier im Studio schon gar nicht mehr an, denn bei leichtestem Wind ist es wirklich wie ein Segeltuch, wie ein großes Segel, das sofort wegfliegt, so dass wir Outdoor eigentlich auf einen Assistenten angewiesen sind. Ja, also alleine zu arbeiten geht nur, wenn es wirklich absolut windstill ist, dann kann man so eine Möglichkeit wählen, wie sie hier ist. Man stellt den Sunswatter auf ein Stativ, das Modell darunter und kann dann alleine anfangen zu fotografieren. Bei leichtestem Wind funktioniert das Ganze aber überhaupt nicht mehr. Ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptnachteile. Ihr seht, es ist auch nicht so ganz klein, die ganze Geschichte. Auf und ab gebaut ist es relativ schnell. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Bilder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt von dem Produkt, weil es ein wahnsinnig weiches, gleichmäßiges Licht macht. Und ja, wenn ihr euch das nicht vielleicht kaufen wollt, dann kann man das Ganze auch mal ausprobieren im Vorfeld. Bei vielen professionellen Dienstleistern im Fotobereich besteht die Möglichkeit, sich so ein Teil mal auszuleihen für einen Tag und dann kann man natürlich seine Entscheidung selbst treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, soweit ihr euch für einen Sunswatter entscheidet. und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Musik